Hallo, ich bin Franziska, ich bin 26, wohne zur Zeit in Ingolstadt und bin im Internet darauf gestoßen und ich fand es super aufregend, ich finde es ganz cool. Super. Und du hast vorhin gesagt, du kämpfst eigentlich aus dem fernen Osten. Ja. Ich habe jetzt erst gefragt, aus Persien oder so, aber nein. Was heißt für dich ferne Osten? Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt, okay. Schon direkt an der polnischen Grenze. Okay, das ist natürlich auch der ferne Osten. Gut. Eisenhüttenstadt.